Hallo, ich grüße euch wieder zu Daily Fit für Mensch und Pferd. Mein Name ist Alex und heute soll es um das Thema Entlastung und leichter Sitz gehen. Wie man das am besten aufbauen kann, wie man das Pferd am besten lockern kann, sich selber balancieren und auch zu guter Letzt natürlich oben halten auf dem Pferd, sollte es einmal Unatmen entwickeln. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran, nach dem Trailer geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Egal welchen Sitz der Reiter hat, es ist eigentlich immer die gleiche Linie. Ohr, Schulter, Hüfte, Fersen, Ende. Und das auch beim leichten Sitz. Hier sieht man den Entlastungssitz auch wieder Ohr, Schulter, Hüfte, Fersen, Ende. In dieser Zeitlupenstudie kann man jetzt auch wunderbar erkennen, dass die Reiterin mitfedert. Und zwar überall fangen wir vorne an. Da hat sie Tuchfüllung mit den Händen am Pferdehals. Die Ellenbogenfedern hier wunderbar mit. Auch die Schultern sind ganz elastisch. Und auch die Federwirkung in der Hüfte sieht man hier sehr schön. Das Knie liegt an. Und die Wade ist ein bisschen wackelig, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass die Ferse einen tiefen Punkt hat. Also das heißt, der leichte Sitz ist hier von der Beinlage sehr schön. Und auch von der Rückenlage und auch von der Kopfposition. Sie schaut immer weit über die Pferdeohren und hat den Rücken wirklich wunderbar gestreckt. Die Brust geht auch in Richtung Himmel, sage ich immer. Und wie gesagt, das Mitfedern ist hier wunderbar. Warum lasse ich immer im Trab erst den leichten Sitz machen? Weil eben durch diese Bewegung wie ein Fisch. Also die Bewegung im Trab ist ja eher eine Fischbewegung. Deshalb ist hier das Mitfedern auch gleich geübt. Damit man sozusagen wirklich nicht mit der Sprungbewegung im Galopp aus dem Sattel oder beziehungsweise aus dem Steitbügel hüpft. Ja, wie eingangs schon erklärt, die Linie bleibt immer gleich. Ohr, Schulter, Hüfte, Fersen, Ende. Egal ob ihr aussitzt, ob ihr leicht trappt oder im leichten oder Entlastungssitz sein seid. Das ist die Linie, die euer Gleichgewicht sichert. Habt ihr ein gutes Gleichgewicht und seid stabil im Rumpf. Habt ihr geschickte Arme, habt ihr geschickte Beine. Es lohnt sich auf alle Fälle immer wieder an dieser Linie zu arbeiten. Auch wenn es euch vielleicht schon zu den Ohren raushängt, weil der Reiterlehrer das immer wieder sagt. Oder weil es euch vielleicht jemand anders zeigt auf dem Video. Das ist immer so ein ganz, ganz heißer Tipp. Schaut euch mal an, ob das alles so passt. Im Standbildformat oder in Zeitlupe sieht man das natürlich noch besser. Ja, geht's weiter. Der Aufbau. Lassen wir erst den Reiter im Schritt diese Position üben, dann im Trab und dann erst im fließenden Übergang im Galopp. So mache ich das, ja, weil das einfach die Sicherheit für das Pferd und für den Reiter ist. Doch gilt natürlich immer Gleichgewicht vor Schnelligkeit. Ist der Reiter noch nicht im Trab im Gleichgewicht, wie die Reiterin, die ich euch in der Zeitlupe-Studie gezeigt habe, dann brauchen wir mit dem Galopp gar nicht anzufangen. Ja, der Reiter oder der Reiterin darf, der darf auch am Anfang die Arme zum Aufstützen nehmen. Das ist ganz wichtig bei meinen Schülern. Die dürfen erst mal stützen und dann Stück für Stück, wenn der Oberkörper und der Reiterrücken schon richtig schön gekräftigt ist, sich alleine halten kann, dann wird die Stütze auch immer weniger. Und dann ist das auch besser zum Führen mit den Zügeln. Ja, wann braucht man dem Pferd die Entlastung? Ja, der Entlastungssitz oder auch Remontensitz genannt, ist halt weniger für den Reiter, sondern mehr für das Pferd gedacht, damit man sozusagen in verschiedenen Stufen entlasten kann, weil das Pferd einfach so viel Druck auf dem Rücken noch nicht verträgt. Also gerade die jungen Pferde oder die Pferde, die halt spät angeritten werden, die sind auch noch nicht stabil von der Rückenmuskulatur und da ist es nicht verkehrt, oft zu entlasten. Entlastung in verschiedenen Stufen haben wir hier aufgezeichnet. Der Unterschied zwischen leichten Sitz, dass der Reiter seine Hosenaht noch am Sattel hat und am Pferd, sagt man so schön. Also bleibt am Pferd, wenn ihr das hört von eurem Reitlehrer, dann heißt das im Endeffekt, ihr habt eure Hosenaht noch am Sattel. Ihr seid, da passt kein Elefant mehr durch. Das sage ich immer so liebevoll zu meinem Kind, dann sage ich, du bist jetzt schon so weit, drückst du dich mit den Beinen raus, dass da schon der Elefant durchpasst. Also so soll es nicht sein. Der Entlastungssitz ist am Pferd. Es wird nur der Gesäßknochen durch diese verschiedenen Stufen des Oberkörpers nach vorne, wird das Gesäß entlastet. Hier sieht man das auch und man kann das im Endeffekt variieren, wie man will. Doch speziell, wenn sich jetzt junge Pferde unter euch bewegen, die noch weniger Balance haben, die weniger gefestigt sind im Takt, da ist es immer ganz gut, weil ihr da einfach flexibler seid in dieser Hinsicht. Ihr seid aber immer noch ein Pferd, das gibt dem Pferd auch die Sicherheit. Die Stufen, habe ich hier geschrieben, geben dem Reiter die gute Möglichkeit, in der Entlastung zu variieren, sodass das Pferd zu heftig werden oder zu schnell, aufgrund des fehlenden Gleichgewichts, wie gerade besprochen, hat der Reiter schnell die Möglichkeit, wieder mit dem Oberkörper zurückzukommen und das Pferd nicht mit dem Zügel, sondern mit dem Oberkörper aufzufangen und zu bremsen. Das Pferd weiß sehr wohl, viel Entlastung kann ich mich frei bewegen, frei vorwärts bewegen und sobald im Endeffekt wieder etwas mehr Gewicht durch den Oberkörper und den Kopf in den Sattel kommt, dann merkt das Pferd schon wieder, aha, mehr Belastung und eigentlich kommen die Pferde dann sehr schön zurück, ohne dass man am Zügel ziehen muss. So können natürlich auch ältere Pferde geritten werden. Also wenn ältere Pferde noch nicht im Gleichgewicht sind, dann fängt man so auch an. Es ist wie beim Erwachsenenreiter, der bekommt genau die gleichen Anweisungen, natürlich nicht kindlich erklärt, sondern einfach, was das Wichtigste beim Reiten ist. Und ob das jetzt ein Erwachsener ist, der muss genauso ins Gleichgewicht kommen, wie die Kinder auch. Ja, jedes Pocken ist auch halb so schlimm, wenn der Reiter sich in der Entlastung befindet. Die Reaktion sollte aber nicht bitte mit Entlastung sein, sondern man sollte sich schnell wieder zurück in den Sattel bewegen, nicht zu stark, weil dann kann es schon sein, dass durch das starke Einsetzen gleich wieder ein Pocker kommt. Aber es ist ganz wichtig, nicht noch mehr entlasten und den da wie ein Rodeo-Pferd durch die Pampa buckeln lassen oder auf dem Reitplatz. Der ist nicht auf der Koppel, der ist am Reitplatz und da herrschen eure Gesetze. Ja, das ist ganz wichtig. Und die erste Reaktion ist nicht Entlastung, sondern belasten und vorwärts treiben. Solltet ihr da nicht genügend Reaktionen oder Sicherheit, Schnelligkeit, Routine für solche jungen Pferde haben, dann ist wichtig, bitte, bitte, bitte holt euch jemand. Denn je länger ihr da sozusagen experimentiert und der sich wirklich wie auf der Koppel fühlt, wenn ihr am Reitplatz seid, dann wird es für euch wirklich unangenehm. Diese Unarten vermehren sich, wenn man da nicht gleich schnell reagiert. Also wenn der immer wieder die Chance hat, euch sozusagen aus dieser belastenden Situation in die Entlastung zu schupfen, ja, das kriegen die ganz schnell raus. Da braucht es vielleicht zweimal und dann hat der schon raus. Super, wenn ich ein bisschen meinen Popo lüfte, dann ist der Popo vom Reiter auch ganz schnell draußen. Also das ist schon etwas, da braucht ihr jemanden, der da ganz, ganz sicher reagiert, sofort sich reinsetzt, sofort den Schenkel dran macht, das Pferd nach vorne bringt. Und wenn es mal ein bisschen energischer ist oder brutal oder mit der Gärte nochmal nachtuschiert werden muss, bitte sei da nicht so, dass ihr sagt, mein Gott, mein armes Pferd, jetzt wird es gequält. Nein, der muss erst wieder lernen. Die Reaktion auf sein Bocken ist nicht noch mehr entlasten und er kann weiter tun wie ein Rodeo-Pferd, sondern er muss nach vorne gehen, ihr braucht wieder die Verbindung zum Zügel, weil was bringt euch denn im Endeffekt ständig hier, sieht man das wunderbar auf dem Bild, die hat überhaupt keine Zügelführung mehr, muss sich schon noch am Hals aufstützen. Davon abgesehen sind die Bügel hier auch viel zu lang, das ist jetzt kein Schülerbild von mir, sondern aus dem Internet rausgeholt und ich muss ganz ehrlich sagen, im Gelände hat man nicht so lange Bügel. Ja, also die hat sehr lange Beine, die Frau, aber trotzdem, egal ob lange Beine, ihr braucht einen sicheren Knieschluss und eine sichere Wade mit tiefer Ferse, die das Pferd umrahmt und sicher habt. Also bitte, bitte tut mir da einen Gefallen und seid nicht so Dressur-mäßig im Gelände unterwegs, denn das kann, wie gesagt, nicht dazu führen, dass ihr dann auch den Schenkel wieder dran nehmen könnt. Ja, da passiert es dann eher, dass der Oberkörper zurückkommt und euch schmeißt die Beine vor. Also das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Ja, das soll es auch jetzt schon gewesen sein. Von meiner Seite her habe ich alles zum Thema leichten Sitz gesagt. Sollte euch noch was einfallen, dann wäre ich natürlich sehr froh, wenn ihr mir das in die Kommentare hinterlasst und sagt, hey Alex, könntest du da nochmal was dazu machen? Weil ich kenne auch ein paar Tricks, was das Steigen anbetrifft oder wenn ein Pferd sich sozusagen verhält oder gar nicht mehr weitergeht, da gibt es so einige Kniffe, die man anwenden kann, dass man wirklich sagt, okay, mit einer schnellen Reaktion ist das Ganze mal auch schnell wieder aufgelöst. Also bitte da immer drauf achten. Aber fachkundige Leute vor Ort sind natürlich immer das Beste. Egal, ob das ein Reitlehrer ist, der euch auskorrigiert oder ein Bereiter, der das Pferd auskorrigiert. Macht euch das Leben auch nicht unnötig schwer. Es ist schon besser, ein ausgebildetes Pferd zu reiten. Lehrt man viel mehr, hat man viel Spaß und später fragt kein Mensch mehr nach, ob da mal ein Bereiter drauf gesessen ist. Das ist euer Pferd, ihr reitet drauf und dann können die Siege eingefahren werden. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich nur das Allerbeste. Viel Freude mit eurem Pferd. Baba, eure Alex. Ach ja, immer zum Schluss vergesse ich das, aber am Anfang war es ja jetzt auch schon im Trailer dabei. Abonnieren, liken, teilen und die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Also dann wäre das auch schon wieder erledigt. Also nochmal Baba, Pfiatze. Bis zum nächsten Mal. .